Und jetzt haben die Wissenschaftler erwiesen, dass die Musik den Menschen auf einen verändernden Zustand bringt. Natürlich wurden verschiedene musikalische Instrumente geforscht und die Wissenschaftler haben erwiesen, dass genau drum und der Klang von drum die Menschen viel mehr und viel stärker beeinflusst. Wir sind jetzt Zeuge geworden in der letzten Zeit, dass die Art der Musik, welcher auf den Transzustand die Menschen bringt, sehr aktuell geworden ist. Und die Leute, wenn die unter dieser Transmusik tanzen, bekommen sie eine besonders gefühlte Freiheit und da können sie sehr, sehr frei tanzen. Und die Klänge von drum bringt das Gehirn der Menschen zu einer freien Bewegung und der Mensch kann auch seinen Körper dementsprechend auch frei bewegen. Die Wissenschaftler sind weitergegangen mit seinen Erforschungen und sie haben nicht nur die Trommel erforscht, sondern auch die Trommel erforscht. Und die Wissenschaftler haben gesehen, dass die Klänge von den schamanischen Trommeln sehr, sehr stark ausgestimmte Menschen beeinflussen. Wenn wir davon sprechen, dass dieser musikalische Trommelklang kommt, das ist ja nur dieser musikalische Tranzzustand der Menschen. Und wenn ein schamanischer Trommel in der Hand von einem Schamanen spielt, der Zustand ändert sich nicht nur, sondern man bekommt hier übernatürliche Fähigkeiten. Sehr viele Fähigkeiten werden offenbart. Und in der mir jetzt befinden sich zwei alten, sehr guten Trommeln. Bitte achtet ihr auf diese Trommel. Und daraus ist jetzt eine heilige Ikone gebildet. Und da ist geschrieben, schamanische Reise. Wenn der schamanische Trommel gebaut, gebildet wird, der Geist des Tieres, woher schamanische Trommel gebaut wird, zieht er um in eine Trommel. Und ich möchte Ihnen sagen, dass der Geist des Tieres, aus welchem diese Trommel gebaut wurde, findet es sehr geehrt für ihn, sein Geist in eine Trommel umgezogen zu sein. Und das ist der Unterschied zwischen den musikalischen Trommeln und schamanischen Trommeln. In der schamanischen Trommel lebt ein sehr starker, energetischer und sehr kräftiger Geist. Wenn der Schaman seine Trommel trommelt, das Erste, was er macht, er weckt den Geist der Trommel auf. Und auf diesem Bild seht ihr, dass der Schaman auf einem Pferd sitzt und der Rücken des Pferdes sieht ja so wie ein Trommel aus. Wenn wir jetzt an die alte Sprache denken, da haben die Schamanen immer gesagt, mein Trommel ist mein Pferd. Das Pferd war früher mal das einzige Mittel zur Bewegung und es hatte sehr, sehr hohen Wert gehabt. Wenn der Mensch auf dem Pferd hinsetzt, er reist in den physischen Körper weiter, wenn der Schamanen mit der Trommel jetzt reist, er reist in die andere Welt. Und deswegen nennt man die Trommel als Pferd, weil das ist ja die Mittel zur Bewegung in der feinstofflichen Welt. Und deswegen sage ich meinen Schülerinnen, dass die Verfügung der Trommel genau so von Bedeutung, wie man heutzutage ein Auto kauft. Und die Geister sagen mir jetzt, dass es gibt einen noch besseren Unterschied und zwar, vergleich, zwar die Verfügung so einer Trommel ist gleichgestellt mit der Verfügung eines Flugzeuges. Und der Unterschied zwischen dem Trommel und dem Trommel ist, dass im Trommel lebt ganz echter Geist. Und die Aufgabe des Schamanen ist, den Geist der Trommel zu rutschen und in die Welt einzureisen, wo man gehen will. In unserer extremen Zeit, in der das Schicksal des gesamten Planeten auf dem Spiel steht, ist es sehr wichtig, dass das Wissen der Engel und hellen Geister so schnell wie möglich in der ganzen Welt verbreitet wird und tausende von Menschen erreicht. So können wir die Zukunft der gesamten Menschheit verändern. Deshalb wenden wir uns an dich, geliebte Seele des Lichts. Verbreite das Wissen über unsere weisen Bücher und Filme. Teile Links zu Videos oder Zeichentrickfilmen. All dies ist verfügbar und kostenlos. Lade Frauen zu individuellen Praktiken, Webinaren und Seminaren ein. Und der große Geist des Lichts wird dir und deiner Familie helfen. Er wird eine enorme Menge an Energie lenken, um all deine Wünsche zu erfüllen. Die hellen Geister und Engel werden dir und deinen Lieben in allen Angelegenheiten helfen. Ein Strahl des Lichts und der Liebe von deinem Herzen erreicht die herzensuchender Frauen und die Schaffung des Guten und die Verbreitung des hellen Wissens in die ganze Welt beginnt. Werde Teil der hellen Mission. Hilf den Menschen und Gott wird dir helfen. Musik Musik